Hallo, guten Tag. Ich sehe so fertig aus, weil schon alles passiert ist. Du hast es verpasst, wahrscheinlich. Aber wenn du jetzt zu Hause vorm Rechner sitzt, dann wirst du eh nicht damit rechnen, dass das irgendwie eine Live-Undertragung ist. Insofern, egal. Was wir jetzt angucken, ist der erste Tourstopp 2011, das ist die US Cup Serie. Wir waren auf der Passion Sport in Bremen und hier ist einiges passiert und davon kriegst du jetzt einen Eindruck. Viel Spaß. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020